Nachdem da das alte Mixtape, wenn nicht jetzt, wann dann eigentlich relativ gut gestartet ist. Wie das neue Mixtape heißen wird, kann ich es leider noch nicht sagen. Da wissen wir selber noch keinen Namen für, aber die Namen sind ja auch nicht immer tragend. Features gibt es natürlich auch wieder einige auf dem Mixtape. Diesmal nicht so viele wie beim letzten Mal. Diesmal werden es ein bisschen weniger sein. Aber es werden unter anderem auch wieder Cythos sein, der ja schon bei dem alten Mixtape einige Parts hatte. Dann werden ein paar gute Kollegen von mir aus V&C, aus dem wunderschönen Kärten, auf dem Mixtape vertreten sein. Die werden auch einen sehr guten Part-Tool abliefern. Die Features werden sich wie zum Beispiel ein bisschen minimieren, ein bisschen niedriger gehalten werden. Aber im Großen und Ganzen geht es ja da um meine Mucke und nicht um andere. Ja, also hier werde ich jetzt auf meiner Meister-Seite immer ein bisschen auf dem Laufenden gehalten, was die Musik angeht. Was den Fortschritt von Mixtape angeht. Ihr werdet auch in den nächsten Tagen und Wochen mehr erfahren, was das Cover angeht, etc. Ja, verzeiht mir so ein bisschen mein Aussehen. Ich sehe halt so ein bisschen bescheuert aus. Ich war gestern mit meinen Jungs draußen, so Jack Daniel zu Jim Beam Abend. Ich sehe noch ein bisschen leicht gefickt aus, aber macht ja nichts. Ja, so weit, so gut. Peace out.